Für mich steht im Vordergrund das Thema, wie gestalten wir die Veränderungen in unserer Gesellschaft. Nicht nur in unserer Industrie, die müssen wir gestalten, aber auch Veränderungen in unserer Gesellschaft insgesamt. Und da müssen wir mit dem Sozialpartner schauen, wie wir das hinbekommen. Denn mir ist es wichtig, dass wir auch in Zukunft noch attraktive Arbeitsplätze in der Metall- und Elektroindustrie in Deutschland haben. Klimaschutz ist wichtig, aber eben auch Arbeitsplätze in unserer Industrie und überhaupt Industrie. Um diese Dinge zusammenzubringen, diese Dinge auf einen Nenner zu bringen und hier vernünftige Kompromisslösungen zu finden unter Einbeziehung aller Akteure. Das ist die Zivilgesellschaft, das ist die Politik, aber das sind auch wir in der Wirtschaft. Hier vernünftige Lösungen zu finden, zukunftsfähige und tragfähige Lösungen zu finden für die Menschen in unserer Industrie, das ist ganz besonders wichtig. Wir stehen ja nun vor einer schwierigen Lohnrunde. Wir stehen vor einer Transformation, vor immensen Veränderungen in unserer Industrie. Und diese Themen stehen natürlich im Vordergrund. Auch eben bezogen auf das Thema Corona, das nochmal zu heftigen Veränderungen und zu heftigen Einschlägen in unserer Industrie geführt hat. Und hier vernünftige Lösungen zu finden, das ist, glaube ich, die vordringliche Aufgabe jetzt zunächst. Die Lage ist schwierig in der Industrie allgemein, aber auch in der Metall- und Elektroindustrie. Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten im Umsatz und im Ergebnis. Viele Menschen in unserer Industrie sind noch in Kurzarbeit und das führt natürlich zu immensen Problemen. Das führt auch dazu, dass viele Investitionen, die notwendig wären, für diese Transformation, für die Gestaltung der Zukunft in unserer Industrie nicht getätigt werden können. Und diese Themen stehen ganz im Vordergrund. Und eines ist klar, es gibt in dieser Lohnrunde keinen Verteilungsspielraum. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020